Wir haben von Anfang an mit viel zu viel Respekt vor Norwegen gespielt. Wir haben in der Abwehr die Zweikämpfe nicht angenommen. Wir haben denen warten und schalten lassen. Und es ist gegen eine Mannschaft wie Norwegen, die auch richtig viel Gäste in den Hand rausgespielt haben, ist das tödlich. Also Aufbauarbeit müssen wir mit Sicherheit leisten, aber das Spiel war so eindeutig, da kann man eigentlich nichts anderes machen als abhaken. Denn es gibt so viele Sachen, die wir da nicht richtig gemacht haben. Es ist sinnlos, das alles einzeln aufzuarbeiten. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft verstanden hat, was bei uns gefehlt hat und wie wir das gegen Polen besser machen müssen. Ich denke, die Mannschaft wird eine Trotzreaktion zeigen. Die haben sich alle geärgert über die Art und Weise, wie wir gestern aufgetreten sind, gespielt haben und nicht unseren Weg zum Spiel gefunden haben. Ich denke auch, dass Polen ein unangenehmer Gegner ist. Die haben in beiden Spielen über weiten Strecken auch guten Hamburg gezeigt und gekämpft und mannschaftlich geschlossen gespielt. Das wird also kein leichtes Spiel. Es wird aber ein Spiel, wo ich sage, da haben wir auch von der Spielfähigkeit her die Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn wir Hauptfinale erreichen, ist das ein Riesenergebnis. Mit dieser Vorbereitung, in diesem Moment, mit dieser Mannschaft, das zu erreichen, wäre absolut toll. Und das Schöne ist, das ist alles noch drin.